Okay, dann lasst uns hier die Küche machen, da haben wir auch so einen kleinen Ausblick. Dann machen wir hier, ja Leute, lasst uns hier das Wohnzimmer, äh, das Esszimmer dann machen. Und da hinten, ja, also da fällt uns sicher noch was ein. Dann machen wir hier dann so eine offene Küche, würde ich sagen. Yo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und, ähm, ja, ich hab jetzt, ähm, hier schon mal ein bisschen ein Haus vorgebaut von uns. Ähm, das ist jetzt die zweite Folge hier. Und, ähm, ja, ich bin jetzt ordentlich fahren gegangen mit dem Nick. Wir haben ja schon mal ein bisschen angefangen, das Haus zu bauen. Der liebe Nick hat hier schon mal so eine kleine Farm gemacht, damit wir nicht so arg hungern müssen. Ähm, finde ich auch richtig nice, dass wir schon so eine kleine Farm haben. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir bauen heute einfach, ähm, an unserem Haus weiter. Also wir haben uns das so vorgestellt. Ähm, hier wird halt so, die Küche wird hier reinkommen. Ähm, Leseecke, hier wird noch weitergebaut, ähm, zu einem Wohnzimmer. Also, ähm, das wird hier echt richtig cool. Und wir haben schon ordentlich gefarmt. Ihr könnt sehen, wir haben hier schon Kisten mit Lapislazuli. Hier sind ganz viele Blöcke drin. Und, ähm, wir haben auch schon richtig viel Eisen, sechs Diamanten haben wir schon. Und, ähm, also wir sind schon ordentlich dabei zum Farmen. Auch in dieser Folge werden wieder ein paar Leute hinzukommen. Ähm, das ist jetzt die zweite Folge. Die werdet ihr am Dienstag, äh, am Mittwoch werdet ihr die sehen. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier weiter. Ich würde einfach mal hier das Dach so weiterbauen. Er sagt Garten. Ja, Garten. Und, ähm, ja, wir bauen jetzt einfach hier mal weiter. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so das Haus jetzt findet vom Grundgerüst schon mal. Ich baue jetzt einfach mal hier das Ganze hier so lang. Und, ähm, wir haben uns halt gedacht, wir machen hier das dann mit so Steinziegeln. Damit das auch so schön aussieht. Nicht so nur Cobblestone, ähm, sondern dass es auch so ein bisschen Kontrast hat. Und, ähm, ich bin immer noch am überlegen, wo ich die ganzen Fenster reinmache. War unser Eingang, den habe ich schon mal so gemacht. Da ist so, hier so ein kleiner Zwischenraum, wo man dann halt Schuhe und so ausziehen kann. Ich mache hier noch so einen, ähm, Amorständer rein. Wo man dann halt seine Rüstung ausziehen muss. Weil in unserem Haus, ja, da muss man schön sauber reinkommen. Und ich mache einfach mal hier, ähm, ziehe einfach mal hier weiter die Blöcke entlang. Damit das hier schon mal ein bisschen Gestalt annimmt. So, ich mache das jetzt einfach mal die ganze Zeit lang. In den letzten Folgen, als ich jetzt nicht aufgenommen habe. Also, das wird jetzt gerade die zweite Folge. Haben wir echt richtig viel gefarmt. Wir haben ein bisschen neue Biome erkundschaftet. Ähm, Bücher müssen wir noch machen. Ich habe drei Zuckerrohr, was wir auf jeden Fall anbauen werden. Ich schreibe mal Nick. Kannst du das anbauen? Fragezeichen. So, ich gebe Ihnen das einfach mal. Damit wir uns dann auch später Papier machen können. Und ganz viele Bücher verzaubern. Und alles mögliche. Hat er auch noch Zuckerrohr? Ich weiß es gerade gar nicht. Hat es da gerade reingelegt? Äh. WTF? Wir haben ja schon voll viel. Oh mein Gott. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie man... Ja, Bücherregal machen wir eh später. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie man das alles craftet. Nein, sagt los. Ja, ich habe es halt nicht mitbekommen. Also, ähm, ich glaube, der war schon richtig hier produktiv. Weil, ähm, ich nehme jetzt wieder am anderen Tag auf. Und das ist halt... Ja, ich bekomme das halt nicht alles mit. Und ich glaube, hier wird so eine kleine Ecke, so eine Leseecke. Dann tun wir den Raum hier nochmal unterteilen, würde ich sagen. Und, ähm, ich ziehe einfach das hier jetzt mal kurz lang. Weil so... Ein Fenster wird nicht so lang. Das machen wir auf keinen Fall. Dann unterteilen wir den Raum lieber nochmal. Dann machen wir... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Die Hälfte von dreizehn, okay, ist ungefähr sechseinhalb. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir einmal hier sechs und sieben. Machen wir auch wieder mit Eichenholz. So. Weil dann können wir hier nämlich den Raum unterteilen. Dann sieht das wenigstens gescheit aus. Und wir kommen gerade eine Skype-Anfrage von Gome HD. Okay. Ähm, Faker unterwegs. Gome HD, einfach eiskalt. Ähm, dann machen wir hier einfach auch nochmal den Stein. Also das wird halt kein altmodisches Haus. Das wird eher so ein neueres Haus. Ja, jetzt nicht so modern. Aber es wird halt jetzt nicht das altmodische, sondern auch nicht das modernste. So eher mittendrin. Und dann können wir hier nämlich das weiterziehen. Dann machen wir nämlich hier. Machen wir nämlich auch noch eine Abgrenzung. So, ungefähr bis da. Dann ziehen wir das hier wieder hoch. So, so. Jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Ich nehme einfach mal Erde und baue mich einfach mal nach oben. Weil wir hatten ja in den letzten Folgen hatten wir ein kleines Hungerproblem. Also, wir hatten ein Hungerproblem. Ihr habt es noch nicht gesehen, weil das jetzt die zweite Folge ist. Und deswegen hatten wir einfach mal richtig viel gefarmt. Aber auch Flo und Timo haben richtig geile Häuser schon gebaut. Ähm, die kann ich euch nachher einfach mal zeigen. Die sind auch richtig cool gewesen. Äh, geworden. Und wir schauen einfach mal. Okay, Eichnerhäuser haben wir auch noch. Das ist natürlich gut. So. Und dann können wir das nämlich. Dann machen wir hier nämlich so eine Trennwand rein. Und ziehen das einfach nochmal so weiter. So. Und ich finde es richtig cool, dass ich mit Nick ein Haus habe. Wenn er die Folge sieht. Nick, ich feiere das, dass wir ein Haus haben. Ein Boxer. Yeah. Okay. Na, okay. Der wird jetzt auch denken, was mache ich da gerade. Ähm, wir haben das jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir das auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und, ähm, ich freue mich richtig, dass so viele in dieses Projekt rein wollen. Hat mich richtig gefreut, das zu lesen. Und, ähm, ja, wie gesagt. Es werden in dieser Folge, eigentlich werden so eins, zwei, aber in dieser Folge werden gleich drei Leute dazukommen. Oder vielleicht auch einen YouTube-Kanal mit zwei Leuten. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ihr könnt gespannt sein. What the fuck? Flo hat einfach schon mal ein Pferd. Okay. Ja, die waren ja auch schon Dungeon-Team und, ähm, Florian. Und, ähm, so. Ich glaube, das sieht doch einigermaßen dann gut aus. Dann sind hier so die Balken nach. Nein, hör auf. Nein. Junge, was geht mit dir gerade ab? Der kommt einfach schon mal mit einem Pferd an. Und, ähm, ja, ich muss sagen, der Hausbau geht voran. Wir machen das jetzt einfach hier noch, ähm, würde sagen, den Raum unterteilen wir noch. Und, ähm, auch kamerahaftig. Und ja, unser Haus wird eigentlich... Ich finde, es sieht schon richtig gut aus. Das wird so langsam, auch hier mit der ganzen Form. Also, der Hausbau geht voran. Und jetzt wird langsam wieder Nacht. Ich bin mir gerade unsicher. Soll ich das dann auch so machen? Ich glaube, ich ziehe das einfach mal so lang. Es werden hier eh überall noch Treppen und so reinkommen. Also, keine Sorge. Das wird nicht nur so bleiben. Jetzt haben wir keinen Stein. Mehr mal schauen, ob wir hier noch Steine haben. Ganz normalen. Bruchstein haben wir noch. Ah, wir haben ja noch Steinziege. Gut. Dann tun wir den Bruchstein nochmal hier schmelzen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier Bruchstein. Das Fleisch nehme ich einfach mal mit. Und dann können wir hier nochmal den Raum ein bisschen so abdrennen. Dann würde ich aber sagen, wir machen da dann immer so einen kleinen Übergang. Da kommt dann... Soll da die Küche? Ich glaube, wir machen hier die Küche rein, oder? Nick? Sollen wir hier die Küche machen? Weil die würden wir dann in einer separaten Folge machen, wenn er jetzt ja sagt. Oh, der hat sich Knieber in die Luft gesprengt. Oh Gott, da kämpft er. Okay. Dann lasst uns hier die Küche machen. Da haben wir auch so einen kleinen Ausblick. Dann machen wir hier... Ja, Leute, lasst uns hier das Wohnzimmer... Äh, das Esszimmer dann machen. Und da hinten... Ja, also da fällt uns sicher noch was ein. Dann machen wir hier dann so eine offene Küche, würde ich sagen. Wir machen einfach... Ich habe noch eine sehr gute Idee, was das Projekt angeht. Aber das sage ich dir später. Okay. Ähm... Ich glaube, wir machen das dann aber auch mit anderen Holz. Hat er noch anderes Holz? Haben wir noch anderes Holz? Da war doch noch eine Kiste, oder? Da war doch noch was drin, sicher. Halt, 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 halt. Haben wir noch anderes Holz? Außer Eiche? Fragezeichen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil das wäre natürlich ziemlich gut. Wir müssen über Skelette. Ich werde den einfach mal töten. Wir haben auch schon 19 Level. Da können wir bald verzaubern. Wo? Wo denn? Oh, das bin ich einfach zu dumm und übersehe das. Ah, wir haben noch Holz. Ja, super. Danke. Thanks. Da machen wir hier nämlich unser Bone Meal auch mal rein. So, haben wir auch schon 35. Ähm, die Kisten werden wir auch alle noch verschieben. Keine Sorge. Aber wir werden jetzt erstmal hier... Er hat sein Pferd in die Luft gesprengt. Ach, der Arme. Nein, das ist natürlich ärgerlich. Er hat sein Pferd in die Luft gesprengt. Das ist natürlich ärgerlich. Shit. Und, ähm, ja. Wir freuen uns schon richtig, wenn all die neuen Spieler drauf werden. Also, immer wenn ihr die Folge seht, dann werdet ihr schon auf der Whitelist geedit. Und shit, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, wir nehmen auch wieder so eine Tür. Oder sollen wir wieder eine Tür reinmachen? So. Und dann, lass uns mal testen. So, 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 so. Hat noch Saplings, okay. Und dann können wir hier... So, so. Dann lass uns mal probieren. Glas können wir da reinmachen. So. Und dann kommen wir hier nämlich in die Küche dann rein. Und da werden dann hier die Dresen gemacht. Da kann man dann, also, das ist dann so eine öffene Küche. Machen wir hier noch so ein Zauntour rein. Ähm, aber machen dann... Oh, ja. Oh, dankeschön, danke, danke. Machen wir hier noch so ein Zauntour rein. Und tun dann hier Dresen machen mit Stühlen. Wo ist jetzt das ganze Holz? So, ja. Mal schauen, wie das aussieht. Wenn wir das jetzt einfach mal so machen. Weil hier werden ja eh Öfen und so reinkommen. Wir werden jetzt einfach nochmal testen, wie das Ganze dann so aussieht. Hier werden noch Stühle hinkommen. Aber jetzt werde ich erstmal die weiteren Leute sagen, die in das Projekt kommen. Ich gehe mal kurz an mein iPad. Die habe ich mir nämlich hier aufgeschrieben. Und es werden drei Leute dazukommen. Zum einen ist es erstmal der liebe Skalminator. Er hat ja ein richtig langes Kommentar, was ich euch auch jetzt einblende. Und ich kenne ihn auch schon richtig lang und er war immer aktiv. So, das wäre der Erste. Der Zweite wäre der liebe Maddox. PvP auch ein sehr tolles Kommentar. Und jetzt darf noch einer rein. Und der Letzte, der reinkommt. Ist der liebe Exite. Oder Exite, keine Ahnung. Wir kennen uns auch schon. Haben auch viel schon miteinander geschrieben. Also ihr drei seid dabei. Die anderen, die jetzt immer noch nicht drin sind. Keine Sorge. Es wird von Folge zu Folge. Werden Leute reinkommen. Mal mehr, mal weniger. Weil wir haben jetzt, ich kann es euch sagen. Wir haben über 119 Kommentare. Und es ist echt extrem schwierig, die Leute rauszusuchen. Und ja, die nächsten Leute werden einfach in der nächsten Folge bekannt gegeben. Dort werden wieder mehr Leute. Ich würde sagen vier bis fünf Leute. Und ja, Leute, bleibt aktiv. Geht auf den MC Native Server. Dann kommt ihr wahrscheinlich sicher rein. Und ja, das wären jetzt die nächsten drei Kandidaten, die in unser Projekt kommen. Und ich würde sagen, wir machen hier das einfach noch fertig. Also nicht fertig. Wir probieren es einfach. Ich tue noch ein bisschen Eisenschmelzen. Wo sind die ganzen Öfen hin? Hä? Keine Ahnung, wo er jetzt die Öfen hin hat. Egal, ich mache jetzt eh noch Öfen. Machen wir einfach mal ein paar. Wo da? So Bruchstein. Wir machen einfach mal. Oh shit. Komm, 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 komm. Alle wieder rein. So. Acht Stück kommen. Das sollte reichen eigentlich. Folge geht noch drei Minuten. Wir machen jetzt einfach mal hier, wenn man hier reinkommt, machen wir einfach... Ein Waschbecken machen wir auch noch. Das Waschbecken. Das kommt dann später... Wo machen wir... Das Waschbecken kommt hier hin. Dann machen wir da die Öfen plus Crafting Bench. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. So. Die Crafting Bench stellen wir hier hin. Jetzt machen wir noch Druckplatten. Machen wir Holz. Sollen wir Holzdruckplatten machen? Oder... Lebt. Wie mache ich... Leute, ich bin... Ja, okay. Oder sollen wir die machen? Warte, ich nehme mal eine mit. Eine nehme ich mal mit und teste mal. Ja, ich glaube, wir machen... Sollen wir Stein machen? Ja, ich glaube, wir machen Stein. Das sieht am vernünftigsten aus. Nehmen wir ein bisschen Stein hier noch mit. Mache noch drei Stück. Stein, 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 Stein. Hier eins, zwei, drei. Ups, das wollte ich nicht. Drei Stück. Drei Stück. Mein Inventar ist voll shit. Was mache ich denn weg? Was mache ich denn weg? Ich mache das da weg. Das können wir nachher wieder hin machen. Dann tun wir einfach jetzt hier kurz die Platten drauf machen. Crafting Table. Da kommt dann sowas hin. Moment, ich zeige es euch einfach mal. Eisen. Wo hat er denn die Kiste? Die steht da noch. Wir nehmen einfach mal ein bisschen mit. Eins, zwei, drei. So, das sollte reichen. Die Zepplings machen wir einfach mal raus. Folge ist auch gleich schon zu Ende. Wir werden hier einfach mal kurz sowas machen. So. Oh Leute, wir haben zu viel im Inventar. Wir haben viel zu viel im Inventar. Ich mache da einfach mal ein bisschen Kohle rein. Dann werden hier nämlich unser Waschbecken kommen. Komm, lasst uns gleich noch eins machen. Aber das reicht jetzt nicht shit. Jetzt brauchen wir wieder Eisen. Also ich bin ein bisschen verfeilt gerade in dieser Folge. Aber wir können hier schon ordentlich mit dem Hausbau. Haben wir schon ein bisschen weiter gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein bisschen Eisen mit. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann auch mal die Häuser von dem lieben Timo. Die sind dann auch in der Folge dabei. Und vom lieben Florian. Und dann lasst uns das so machen. Dann machen wir nämlich noch einen Eimer mit Wasser. So. Wir holen uns mal ganz kurz Wasser. Falls ich... Anja hat das alles mit Lillipads zugemacht. Können wir hier irgendwie... Ach komm Leute, wisst ihr was? Wir holen das nach Wasser in der nächsten Folge. Wir haben es jetzt ein bisschen geschafft mit dem Hausbau weiterzuarbeiten. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr eine Posi-Bewertung da lässt. Und für die Leute, die jetzt immer noch nicht im Projekt sind, keine Chance. Ihr habt weiterhin die Chance ins Projekt zu kommen. Wir sagen, wir sind es bei der nächsten Folge. Haut rein und jo. Ciao.